Das Interliving Bad Serie 7819 strahlt durch und durch Modernität aus. Die eleganten Konturen des exklusiven Waschbeckens fügen sich hervorragend in die klare Optik des Hochglanz-Waschtisches ein. Auch die hochwertige Armatur ist Interliving exklusiv. Das Waschbecken ist hierbei in zwei Farben erhältlich. Klares Weiß oder modernes Schwarz. Besonders hervor sticht auch die moderne Kombination aus der seidengrauen grifflosen Front in Hochglanz, der Abdeckplatte in Eiche-Sierra-Nachbildung und dem schlanken verglasten Regal mit einer schwarzen Metallumrandung. Abgerundet wird das Bad durch den beleuchteten runden Spiegel und die integrierte Beleuchtung im Regal. Eine weitere Besonderheit? Die exklusiven Glasauszüge und die Soft-Close-Funktion. Das Interliving Bad Serie 7819 ist ausgezeichnet mit dem Goldenen M und hat fünf Jahre Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht.